Liebe Musikfreunde, es ist wieder so weit. Das Walliser Alpenwelle Musikwochenende steht wieder vor der Tür. Am 10. August findet in Leukerbad das große Open Air statt. Auch wir werden gemeinsam mit vielen anderen Musikkollegen dort zu Gast sein und bestimmt auch in diesem Jahr wieder eine einzigartige Stimmung erleben. Vor allem mit euch gemeinsam. Wir freuen uns sehr auf euer Kommen und sagen bis bald in Leukerbad am 10. August. Eure Sigrid und Marina.